Cellulat ist ein jährlich im April stattfindendes Kurzfilmfestival in Jena. Geschichte Engagierte Studenten der Universität Jena setzten 1999 ihre Ideen zu einem eigenen Kurzfilmfestival in ein konkretes Projekt um. Für die Ausrichtung des ersten studentischen Festivals in der Geschichte Jenas wurde ein gemeinnütziger Verein gegründet. Am 15. Januar 2000 erlebte das Kurzfilmfestival im kommunalen Kino Schillerhof seine Premiere. Das Publikum sah die Aufführung von 14 Wettbewerbsbeiträgen, aus denen die Jury drei Preisträger kürte. Neben den Juroren konnten auch die etwa 150 Zuschauer mit einem Publikumspreis für ihren Favoriten stimmen. Die stark gestiegene Zahl der Wettbewerbsfilme ließ das Festival innerhalb eines Jahres auf zwei Filmtage expandieren. Der Name Cellulat wurde eingeführt. In den folgenden Jahren nahm sowohl die Zahl der Zuschauer als auch die der Festivaltage und Wettbewerbsfilme kontinuierlich zu. 2011 besuchten ca. 4000 Menschen die Veranstaltungen des Kurzfilmfestivals. 2004 wurde erstmals ein Kino-Open-Air im Rahmen des Festivalprogramms neben dem Wettbewerb veranstaltet. Seit 2006 findet das Festival in den Räumlichkeiten der Universität Jena statt, was den Veranstaltern von Seiten des Publikums sowohl Lob als auch Kritik einbrachte. In den Jahren 2007 und 2008 gastierte das Festival sowohl in den Räumlichkeiten der Universität Jena als auch kommunaler Kinos. Nachdem 2010 noch einmal das inzwischen abgerissene Kapitolkino als Veranstaltungsort genutzt wurde, gastierte das Festival 2011 im Jena-Volksbad. Im April 2014 feierte das Festival sein 15-jähriges Bestehen. Wettbewerb und Preise Zum Wettbewerb zugelassen sind Kurzfilme, die eine Länge von 25 Minuten nicht überschreiten. Das Filmgenre spielt hierbei keine Rolle für Aufnahme oder Nichtaufnahme. Die Filme müssen jedoch aus dem Jahr des Festivals oder aus dem Vorjahr stammen. Auch die Länderherkunft ist nicht entscheidend. Aus den eingesendeten Beiträgen wählt der Veranstalter in einem Screening die Wettbewerbsteilnehmer aus. Eine dreiköpfige Fachjury kürt aus diesen Beiträgen den Siegerfilm sowie den Zweit- und Drittplatzierten. Während des Wettbewerbs stimmt das Publikum zusätzlich über den Publikumspreis ab. Die Preisstruktur des Festivals wurde mehrmals reformiert. Seit 2013 werden Preise in den Kategorien Bester Kurzspielfilm, Bester Experimental, Animations, Dokumentarfilm, Publikumspreis, Preis der Jugendjury vergeben. Seit 2012 wird im Zuge der negativen Berichterstattung über die Saalestadt im Kontext von Mitgliedern des Nationalsozialistischen Untergrunds zusätzlich der Jena-Filmpreis für Toleranz vergeben. Der von der Stadt Jena gestiftet wird wurde diese Preisstruktur hinsichtlich Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien geändert. Preise wurden in den Kategorien Bester Kurzfilm, Beste Regie, Bestes Drehbuch, Beste Kamera sowie Beste Schauspiel vergeben. 2012 wurde im Zuge der negativen Berichterstattung über die Saalestadt im Kontext von Mitgliedern des Nationalsozialistischen Untergrunds zusätzlich erstmals der Jena-Filmpreis für Toleranz vergeben. 2013 fand die vorerst letzte Änderung der Vergabestruktur statt. Zum besten Kurzfilm, dem Publikumspreis und dem Toleranzpreis gesellt sich nun ein Preis für den besten Experimentalfilm, Animationsfilm, Dokumentarfilm und erstmals Der Preis der Jugendjury Die sich 2013 aus Schülern Jena-Gymnasien zusammensetzte, Preisträger der letzten Jahre 2015 Bester Film, Krokodil von Gelle Dennis Bester Exando, Oraipo von Sonja Gerbo und Matthias Di Panafioi Toleranzpreis Take Me To The Front von Stefano Pietro Colar Preis der Jugendjury Lausche nicht dem Wasser von Jonas Hartung Publikumspreis Reality Plus von Koralje Fajid 2014 Bester Film Bagdad Messi von Sahem Omar Khalifa Bester Exando, Not Anymore, A Story of Revolution von Matu Van Dike Toleranzpreis SH E-Komis in Spring von Antoine Ekastrati Preis der Jugendjury Bagdad Messi von Sahem Omar Khalifa Publikumspreis 97% von Ben Brandt 2013 Bester Film, Salo Peri de Prünox von Rinaldo Marasco Bester Exando, The Pub von Josef Pierce Toleranzpreis Terminal von Samuel Flückiger Preis der Jugendjury School Shooting, The Musical von Steffen Gruber Publikumspreis Stufe 3 von Nat Annel 2012 Bester Film, Suica von Jeroen Anoki Bestes Drehbuch, Konrad Tambur für der Besuch Beste Schauspielerin Marie-Jean Gierden in Gekidnappt Bester Schauspieler, Toma Kuzin und M. Andi Velauanu in Apele TAC Beste Kamera, Christian Stangersinger in Apele TAC Beste Regie, Lena Leonhardt für 2 Grad Publikumspreis, Mädchenabend von Timo Becker 2011 Bester Film Interview von Sebastian Macker Bestes Drehbuch, Bill Plimpton für Adekau, Hurante, Tobi A. Hamburger Beste Schauspielerin Nadja de Santiago in Mi Otta Emitate Bester Schauspieler, Stefan Großmann in Interview Beste Kamera, Dietmar Thal in Pentatonis, The Devil's Hands Beste Regie, Beatrice Sasches für Mi Otta Emitate Publikumspreis, Interview von Sebastian Macker 2010 Bester Film, Stella See von Lena Liberté Bestes Drehbuch, Finn Ole Heinrich und Jan Oberländer für Fliegen Beste Schauspielerin, Charlotte Albrecht in Hinter dem Vorhang Bester Schauspieler, Jakob Matschens in Fliegen Beste Kamera, Yoshi Heimrat in When the Hurley Burley's Done Beste Regie, Matthias Krummrei für nur eine Nacht Publikumspreis, Lehrfahrer von Mathis Burkhardt 2009 zu 1, Schautag von Marvin Kreen Zweite Jade von Daniel Elliott 3, Freies Land von Hannes Treiber Publikumspreis, Hundesöhne von Lena Liberté 2008 zu 1 Nachts das Leben von Julia Schwarz Zweite Maß von Markus Richard Dritte Halfwork von Jasmin Siddiqui Publikumspreis, Sarah von Beitsche Baumann 2007 zu 1, Hilda und M. Kahl von Toke Konstantin Hebeln Zweite Rauskommen von Michael Dörfler 3, 1, 2 Dinge von Anna Henkel Donnersmark Publikumspreis, Achterbahn von Frank Wigerhoff 2006 zu 1, Top von Daniel Lang Zweite X von Raphael Wahl Dritte Niemand liebt dich so wie ich von Lukas Amai und Oliver Kaiser Publikumspreis, Hamle von Max Hundert 2005 1, Vorletzter Abschied von Halkohan 2, Der Bananenkaktus von Ralf Westhoff Dritte Eureitla von Samuli Walkama Publikumspreis, 2 Minuten von Felix Stienz 100z Secretary 25.5,6,3 Minuten von fellowship